Hallo Leute, es geht weiter und ich speichere. Rampo, halt die Fresse. Red nicht mit mir. Da hat man gespeichert. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Und den Klecks töten wir auch ganz mal schnell. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt weiterkommt, wenn man hier weiterkämpft. Okay. Karte will ich haben. Okay, so, so, so. Die Höhle scheint groß zu sein. Warte, wo kommt man denn hin? Blitzmeldung. Haus im Westen der Stadt. Geister beim Verlassen. Haus im Westen. Ey, das ist das kleine Mädchen, das wir schon einmal getroffen haben. Okay, das merken wir uns. Wir gehen in die Geisterstadt. Wenn ich das vergesse, sagt es mir zu den Comments. Ich mach das dann. Blitzmeldung Ende. Okay. Was zum Teufel ist das denn? Ähm. Was zum Teufel ist das denn? Achso, das hält mich komplett. Achso. Kommt das wieder, wenn ich da hingehe? Okay, merke ich mir. Okay, ich glaube, hier muss ich ja noch nicht hin. Denke ich jetzt mal. Ich weiß nicht ganz genau. Oder doch, keine Ahnung. Ich geh erstmal weiter. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas bei den anderen Höhlen. Okay, das können wir momentan nicht machen. Das weiß ich noch von früher. Der müsste dann hier hin. Okay, betätige ich heute. Der zerbricht Kisten. Was? Der zerbricht Kisten? Achso, wir sollen ja Kisten zerbrechen. Okay. Okay. Jetzt. Okay, warte. Wenn das so ist. So. Geschafft. Geschafft. So schnell geht's hier auch. Zeitbonus. Ja, zerbricht Kisten. Es gab keine Kiste hier. Gold. 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 Ich bin gut. Achso, das war eine Kiste. Boah, wer hätte geahnt, dass es eine Kiste ist. Verdammt. Betätige alle Schalter. Achso, das ist jetzt der Stein, wo ich bei Part 18 aufgehört habe. Okay, merken wir uns das mal. Nimm, komm her. Verdammt, das wird etwas lange dauern. Geh, komm. So. So. Ey, du willst mich doch verarschen hier. Komm mit. Jetzt auf die andere Seite. So. Bist jetzt auf den Schalter. Ja, okay. Das bist du. Super. Und rauf mit uns. Hab ich noch Gold geschafft? Bitte, 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 bitte. Mal verletzt. Ja, ich hab Gold. Juhu. Das ging doch am besten Ich weiß jetzt, was jetzt kommt Nicht in dieser Höhle Bitte die geile Schalter, okay Katsakot Höhle 6 Oder Kalkasot Höhle Okay, bitte die geile Schalter Jetzt muss ich das hier machen Jetzt muss ich da runter Verdammt Hab ich das jetzt Na fick dich ins Knie Verdammt Das ist kein Gold Das weiß ich jetzt schon Silber Verdammt Ich hätte Gold geschafft Wenn diese Teile mich nicht getroffen hätten Warte, gibt's eigentlich was in den Ecken Okay, anscheinend wohl nicht Okay Aber was jetzt kommt Das ist ekelhaft Das ist die reinste Scheiße Warte Ich darf Da muss ich was machen Ja Wie ihr seht Das sind Steine Ich muss jetzt mal kurz was ändern Für eine Sache Warte Okay Ich hab das schnell geändert Ich hab den Schlüssel Den Blitzelement weggenommen Und ich hab das hier reingefügt Aber jetzt brauche ich das noch nicht Wir müssen erst da rüber kommen Okay, ich brauche die Lebensanzeige Verdammt Das war das Beschissene Ich kann nicht springen Ich kann einfach nicht springen Das ist das Problem Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen Warte, wie hab ich das jetzt früher gemacht Fick dich ins Knie Okay, so Verdammt, wie hab ich das geschafft Boah, fick dich Ich muss denn irgendwie wieder weiterkommen können Hier Zum Teufel nochmal Achso, so war das Okay Oh, fick dich ins Knie Du Homo-Sapiental Okay Diese Schalter Also diese Schleimteile sind da Um unser Leben zu heilen Okay, komm her Okay, komm her So 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 Und nochmal Weil es Spaß gemacht hat Und nochmal Und nochmal Und nochmal Und nochmal Oh Ähm, was hab ich jetzt bekommen Anscheinend wohl nichts Okay Karte Ah, kommst du ja, Schleim Aber wie konnte man wieder rollen Boah, okay Das wollte ich nicht Aber egal Inhalt Ähm Warte, wie war das jetzt nochmal Verdammt, ich bin jetzt voll nervös Kekse Also wie viel MB hab ich denn Ich muss das jetzt benutzen Okay Okay Jetzt hab ich das wieder voll Jetzt muss ich den Schalter hier drücken Jetzt schnell auf die andere Seite Okay, okay, okay Waffen Boah, 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 boah Ich bin voll nervös Was Okay, 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 okay Verdammt, okay Okay, ich hab's geschafft Boah, ich hab's geschafft Verdammt Nochmal Ich hab's geschafft Ja, viermal getroffen Ich kann nix dafür Und Verdammt Okay Trotzdem muss ich irgendwie da rüber kommen Und Ich hab davor noch Ähm Aufscreen noch Als ich noch kurze Pause gemacht habe Ähm Verdammt Mein Leben wieder aufgefüllt Oh Was war das jetzt Okay Kann war das immer so ein weißes Licht da Weiß ich gar nicht mehr Okay Jetzt Oh scheiße Lebensanzeige bitte Jetzt Schnell rüber Dankeschön Weil das speichere ich sofort ab Weil ich hab keinen Bock drauf Das nochmal zu machen Datenwern gespeichert Datenwern gespeichert Okay Haben wir geschafft Bis egal Gegner Mehr als 5 Juwelen sammeln Ähm Was zum Teufel ist das das Was ist das für ein komisches Geräusch Verdammte Scheiß Ich hab Angst Achso Und das da nur Okay So 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 Verdammt Ähm Was zum Teufel soll ich hier machen Hä Was zum Teufel soll ich hier machen Soll ich jetzt alle Gegner töten oder was los So Verdammt Okay So 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 Verdammt Ich weiß jetzt nicht was ich machen muss Hä Das ist doch nicht Die einzige Aufgabe ist doch nicht hier ein Monster zu killen oder So 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 Ey das ist doch ein Scherz Muss doch eine andere Möglichkeit geben So 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 Okay Ah ok 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 Ich hab's langsam verstanden Ich muss diese Metallteile zerstören Mehr als 5 Besiege Eiswesen Mehr als Ok Trotzdem ist das einfach das abgespackte Geräusch Ok jetzt komm So Da stand Besiege Eiswesen Ok Verdammt Hab ich irgendwie Eis Monster Schleim Warte wo hab ich jetzt Verdammte Ach verdammt Ich hasse das Monster Warte Ich glaube das war Pflanze oder so Ja das war Pflanze Ok Boah komm her Ähm Ach verdammt Ich bin voll nervös jetzt Monster Schleim Ok jetzt komm Eis da rein Und du kommst hier raus Eis Eisklecks Ok das haben wir jetzt gemacht Das sind jetzt Eiswesen So 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 Verdammt Wo ist die Karte Achso Ich muss dieses Teil da zerstören Verdammt Ok 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 Aber trotzdem sind das jetzt Eiswesen Mehr als 5 Jahre Besiege alle Besiege Eiswesen Ja ok Ok Gekommen So Stirb So Boah Fick dich Ähm ok Und was jetzt Oh ich hab's geschafft Hä Mehr als 5 Juwele sammeln Was los Was hab gold geschafft Oh eine Steintafel Kalaila Schwert Eisenreich Ich will das irgendwie machen Entsteht wenn der Titel Gemein und Kalaila Schwert hinzugefügt wird Ähm Speichern wir das mal kurz ab Hm ok Datenung gespeichert Ok Warte gibt's hier nichts mehr was ich machen kann War das jetzt alles Hab ich jetzt alles das nur gemacht Egal Ich hab wenigstens unter euch das gezeigt Was man da machen muss Anscheinend gibt's hier wohl nichts mehr Scheiße Kekse brauche ich Ich brauche mal eine tägliche Dosis Kekse Ok Weg mit dir So Und so Und nochmal Kekse Verdammt egal Ich speichere jetzt Nochmal Zu aller Sicherheit Sonst muss ich die ganze Scheiße nochmal machen Ok Boah Ich hab's geschafft Ich hab's eigentlich geschafft Boah Ok Verdammt Die Türen gehen ja richtig schnell doll Wartet Ok Es geht weiter Nein Ok Ich muss wohl wirklich durch diese andere Höhle da durch Das ist die einzige Möglichkeit irgendwie weiter zu kommen glaube ich Mal Ähm Ok Ok Musst du gleich einen Cut machen Verdammt Verdammt So Hä Ach ich mach einen Cut Tschüss